Ich bin zusammen mit einer deutschen Frau. Und ich liebe deutsche Frau, coole Frau. Und das weiß ich nicht, sie ist wirklich klischeehaft deutsch, Digga. Also klischeehaft deutsch. Wir waren Potsdamer Platz, True Story, Erlebnisrestaurant. Elf verschiedene Nationalitäten, 600 verschiedene Gerichte. Ich schwör dir bei Gott, was bestellt sie? Folienkartoffeln mit Kräuterkraut. Ich schwör dir bei Gott, True Story, sogar der Kellner war verwirrt so. Möchten sie wenigstens ein exotisches Gewürz? Ja, Salz wäre gut, Salz. Das ist Wahnsinn.